Hallo, herzlich willkommen zum VARTA Virtual Reality Werkstatterlebnis. Suche dir eine Themenwelt aus und los geht's mit spannenden Infos und Aufgaben rund um die Fahrzeugbatterie. Dann mal viel Spaß und immer dran denken. Alles startet mit VARTA. Manche Leute sind der Meinung, Autobatterien wären ein Reparatur. Auf unseren Straßen fahren immer mehr Fahrzeuge mit Start-Stop-Funktion. Bis 2020 wird jedes dritte Auto, das in die Werkstatt kommt, mit Start-Stop-Technik ausgestattet sein. Viel Erfolg! Untertitelung des ZDF, 2020 Die Suche nach der Batterieposition sollte kein Glücksspiel sein. Je geringer der Arbeitsaufwand für den Batterieaustausch, einmal registriert, gibt man für einen Batteriewechsel die Fahrzeugdaten ein und erhält sofort eine Information zur Einbauposition der Batterie. Hallo, herzlich willkommen zum Vata Virtual Reality Werkstatterleben. Batterien müssen heute viel mehr leisten als noch vor einigen Jahren. Gerade für neuartige Fahrzeuge mit Start-Stop-Technik ist es wichtig, eine AGM- oder EFB-Batterie einzubauen. Für herkömmliche Fahrzeuge sind hingegen SLI-Batterien ausreichend. Es fahren gleich nacheinander drei Fahrzeuge in die Werkstatt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wie man sieht, ist es nicht so einfach, immer die passende Batterie zu finden und dem Kunden darüber hinaus vielleicht eine noch bessere Variante durch Upselling vorzuschlagen. Hallo, herzlich willkommen zum Vata Virtual Reality. Hallo, ich brauche deine Hilfe, denn die Herausforderungen an uns Trucker und unserer Fahrzeuge werden immer größer. Hilf dem Truckfahrer und baue so schnell wie möglich eine Vata Promotive EFB-Batterie zusammen. Wow, super Arbeit. Ich bin zufrieden. Vielen Dank. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden.